Jetzt müssen wir noch irgendwie das Wasser auskriegen oder uns dran vorbeischleichen. Da, ich hab da schon wieder einen gehört. Wo kommt der denn her? Komm, den lassen wir jetzt mal da. Soll der uns doch nachlaufen, wenn er was will. Der trifft ja auch so scheiße. Ach, der schafft es erst gar nicht. So. Da kommen wir da schon dran. Ich glaub noch nicht. Jotze. Naja, toll, hat sich ja doll gelohnt. Hier ist ja gar nichts. So. Jaja. Creepermann. Da haben sich's direkt Freunde mitgebracht. Na komm schon hoch. So. Für den Creepermann hab ich auch das passende. Wo ist er? Na nun? Wo hat er sich hin versteckt? Kommt jetzt von hinten an. Da. Ach, da hinten läuft er. Den erwischen. Oh. Einmal. Hm. Er ist glaub ich zu weit weg. Müssten wir einen Sniper haben. Ach ja, dann lassen laufen. Dann lassen laufen. So. So, jetzt war ja hier oben noch. Ne, warte mal, wo war das? Da. Hier ist ja auch noch so viel. Eisen, Lava. Alles dabei. Da ist ein Loch, kommen wir da oben dran. Hm. Können wir uns hochbauen, bestimmt. So. So. Wo geht's hier lang? ins Dunkle. Ins Dunkle. So. Das ist das. Von oben. Ne. Komm, wo wir grad waren. Oder auch nicht. Aber irgendwann waren wir hier schon mal zumindest in der Nähe. So. Ähm. Ich mach mal ganz kurz. Safe quit. Weil ich, äh. Nämlich schon wieder. Panik, dass mir hier die Minecraft abschmiert. Zeitlich könnte es nämlich fast soweit sein. Und dann möchte ich nicht wieder noch mal alles von vorne bauen müssen. Ei, 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 ei. So groß hier. So groß und dunkel. Unten wird's wieder hell. Da ist wahrscheinlich dann wieder Lava. Hallo Skeletti. Na komm hier. Ich erwisch dich. Jetzt hast du mich runtergelockt. Und jetzt kommen deine 20 Creeper-Freunde, ne? Kennen wir doch die Tricks. Die kennen wir doch. So. So. Ein bisschen Lava. Da ist auch nochmal Lava. Da geht's irgendwo weiter. So. Nochmal Fackeln machen. Ach. Hallo Skeletti. Ach, der sieht mich gar nicht. Auch gut. Kann ich mit leben. Ach, jetzt hat er mich doch gesehen. Ich wollte ihm gerade hinterrücks Elber fallen. So, wie die das bei mir auch immer machen. Immer hinterrücks. Na, kommt schon. Oh, du hast Pfeile. Ich hab das. So. Viel besser als deine Pfeile. So. Was ist da? Sackgasse. Hm. Ich hatte gedacht, hier kommt eventuell so ein... Dungeon oder so. Aber dem war wohl nichts. So. Hier war dann noch Eisen, ne? Überall. Wie hier zum Beispiel. Wie hier zum Beispiel. Da anders wollen wir nicht ran. Da ist noch Eisen. Da ist Eisen. Mensch. Mensch. So. Dann haben wir das auch schon wieder bald. Äh. Wie ging's denn hier raus? Da. So. Dann gehen wir mal langsam aber sicher wieder nach oben. Und zwar auf Minen-Ebene. So. Da haben wir ja auch noch nicht alles erforscht. Hallo Herr Zombie. Guck mal. So schnell geht das. So. Hier waren wir auch noch. Äh. Oh. Aussätze hier. Ah ne. Da drüber war die Mine. Bin ich noch zu tief. Dummdi-dum-dum-dum. Wir müssen mal noch eins hören. Hips. Ich hör dich. Ich hör dich ganz genau. Da bist du ja. Komm her. Das wird auf die Füße. So. Dein verortetes Fleisch kannst du behalten. Das will keiner. So. Da hinten war ja noch Mini. Wie sind wir denn da rangekommen? Weiß ich grad gar nicht mehr. Wiss. 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 Oh. Komm her. Komm her Freund. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Bei mir ruckelt's. Da ist er. So. Taste davon. Und jetzt schmeißt er so eine Experience nach unten. So haben wir aber nicht gewettet. Dass du dir nach unten verteilst. So. Hier waren wir schon überall. Hier haben wir schon überall geplündert. Und hier kommt das wieder. So. Ich guck grad, ob wir irgendwie einen Weg zu unserer Monsterfalle finden. Ich guck grad mal auf der Map. Hier drunter ist noch ein Gang. Ich guck, wenn wir den nehmen. Ich guck, da waren wir noch gar nicht. Sieht man mich so schlecht. Ah, das ist nur eine Kiste. Sieht man mich so schlecht beleuchtet hier aus. Was hier machen wir noch gar nicht? Und ne Küste. Ich fau erstmal gegen das Wasser an hier. Jups. Von da kommst du. Machen wir dich da mal aus. Und da mal aus. Was? Wo hat's gezischt? Ich hab nur zischen gehört. Direkt wieder an Creeper gedacht. Ah, toll. Das ist natürlich noch weiter runter. Aber ich glaub, da kann keiner hoch. Ja, ist an Zweierhöhe. Okay. Was verbirgt sich hinter dem Dreck? Machen wir mal so. Ja, ich geh auch noch an die Kiste. Keine Angst. Ich bin ja neugierig. So. Wer versteckt sich dahinter? Auf jeden Fall schon was Helles. Hier waren wir dann schon mal. Okay. Jo, Küste. Was haben wir denn? Pumpkinseeds. Brot. Brot ist gut. Brot brauchen wir. Kohle können wir brauchen. Melonensamen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon welche haben. Pumpkinseeds kann ich gar nicht mitnehmen. Was lassen wir denn da? Hier. Verrottete Fleisch. Braucht keiner. Dann lassen wir die Kiste auch mal hier stehen. So, und jetzt gehen wir mal Richtung unser Haus. Mal aufmachen hier. Da ist Höhle. So. Dahinten ist ne Sackgasse. Hier nicht. Oh, ich wollte doch gar nicht runter. Hilfe. Na, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Was schwimmt denn da? Achso. Das ist unsere Fackel. So. Ach, da oben ist noch was. Müssten wir eigentlich jetzt erst hoch, bevor wir hier abbauen. So, gucken. Und dann, dass uns da nix auf den Kopf springt. Ah, dann geht's natürlich noch weiter. Aber hier kommt zumindest erstmal keiner durch. Dann gucken wir da gleich weiter. Was hier ist so viel schönes Eisen und Kohle. Bauen wir nämlich erst mal hier alles ab. So. Bauen wir nämlich erstmal hier alles ab. So. 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 Dann gucken wir mal für Karte. Müssten fast unter unserem Haus sein. Und da irgendwo ist ja dann auch unsere Monsterfalle. Und da irgendwo ist ja dann auch unsere Monsterfalle. Und da wo ist ja dann. So.